Das ist Thomas! Learn German with Anja! Heute sprechen wir darüber, wie man andere auf Deutsch vorstellt. Today we will talk about how to introduce others in German. And this is why I brought a friend of mine with me. Hallo Thomas! Hallo! Wie geht's? Gut, gut, gut. Da ist unser Publikum. Siehst du? There is our audience. Ah, hallo, 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 hallo. Los geht's! Das ist ein Freund von mir. Er heißt Thomas und er kommt aus Syrien. Aber er lebt zurzeit in Deutschland. Er will Deutsch lernen. Thomas isst gern Bananen und deswegen ist er so gelb. Thomas liebt Fußball und sein Lieblingsteam ist Bayern München. Ein paar Sätze, die ich jetzt benutzt habe. A few phrases which I use now. Er heißt, er heißt, his name is, er mag, he likes, er lebt, he lives. Sein Lieblingsteam, sein, means his. Sein Lieblingsteam, his favorite team, is Bayern München. Bayern München. So now we will talk about how to introduce a girl or a woman. Das ist eine Freundin von mir. Sie heißt Christine und sie ist 25 Jahre alt. Hallo! Christine kommt aus Norwegen. Sie kommt aus Norwegen. She is from Norway. Sie spricht Spanisch, Englisch, Französisch und Mignonisch. Sie hat zwei Kinder und deswegen hat sie immer sehr viel zu tun. Ihr Lieblingsfilm ist Titanic. Sie mag Leonardo DiCaprio und Till Schweiger. Ein paar Sätze, die wir benutzt haben. A few sentences which we use. Sie heißt. Sie kommt aus. Und sie mag. Sie likes. Ihr Lieblingsfilm, her favorite movie, ihr, means her, ja, ihr. His is sein. Ihr is her. Und sie hat zwei Kinder. She has two kids. Deswegen hat sie immer sehr viel zu tun. That's why she's always very busy. She has lots of things to do. Okay, das war ein schnelles Video darüber, wie man andere auf Deutsch vorstellt. Okay? This was a quick video about how to introduce others in German. If you didn't understand some of the sentences or something, you can ask me in the comments below. Bitte beschreibe einen deiner Freunde oder deiner Freundinnen. Please describe one of your friends, female or masculine. It doesn't matter. Okay? Female or male. In the comments. In den Kommentaren. Alles klar? Tschüss! 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 Vielen Dank.